so liebe leute damit jetzt weiter heute mit grid und dem okotama grand hitler teilnummer teil 2 mit der nation silvia ja fünf rennen stehen uns überhaupt noch an und ja ich würde sagen die haben wir heute komplett durch los geht's was erwartet uns heute was muss man hier wissen was mir an dieser serie gefällt ist die mischung aus den standard rennen mit diesen getunten autos und den events mit zeit fahren hier gibt es ein spannendes rennen nach dem anderen wir melden uns gleich zurück mit dem start was wird so auf geht's platz 14 ist der startplatz das müssen wir hoffentlich mit einem guten ergebnis so viele chance haben wir ja nicht mehr der maurt so dass ich nicht vorbeikomme welch eine überraschung dass der sich dann so quer in die wand maurt die hat zwei setze sie schon ab also das wird heute merkte katastrophe werden wir kommen nicht wirklich durch hat ja das rutscht übelst extrem jetzt immer wieder ein bisschen dran okay das hat sich jetzt gerade wieder ledig doch gas wir kriegen wir auf die 16 fest du bist einmal wieder dran und bist du hast sich das spiel ich drehe mich doch mal kurz ja für 30 prozent das ding geklebt das sind heute mit der karte ist ja scheiße zu fahren ja das war's definitiv also wenn wir hier nicht letzter werden ist das schon eine große überraschung wir haben 60 prozent weiter das war's neune das war's und das war's das war's und das war's was wir nicht hier dann kommen wir ja wo ist das war's sind nur teil wenn wir 50 prozent was wir nicht hier gerade mal durch. Was ist denn da irgendwie noch an? Was denn? Ey, du bremst und das Ding sagt, komm, ich geh mit Vollgas an die Saison. Ja, das war's, halt. Mein, unser Teamkollegen wird ja schon in Richtung C sein. Da hat sich ja, da hat sich ja zumindest einer schon mal weggauern, weil wir sind nicht Blätter. Ich sag ja, bremsen, bremsen, bremsen brauchen wir nicht. Die rutschen einfach gerade aus in die Wangen. Halt dich zurück. Du hast jemanden so weiß glückgetrieben. Das war mir fast klar. Top 10, aber das Auto wird so lange stehen, bis sie dann doch wieder litzt. Boah, was ist das für eine Kutze, Alter. Boah, ist das schlimm, ey. 16. Da, leck mich doch am Arsch, Alter. Was ist das für eine Scheißstrecke? Bist du so weggeschossen die ganze Zeit? Boah, ist das schlimm. Sieben Sekunden hinter der Spitze. Ja, keine Chance, was soll ich da machen? Würde ich das Auto lieber dann in der Wand stehen, um zuerst mal ein paar Meter zu fahren? Jetzt müssen wir das weg. Na gut, dann müssen wir das auch weg. Gott sei Dank, ey. Das war so ein Schlimmes drin, ne? Gut. Oh Gott, wie nahe ich bitte nicht, ich hab noch so ein Rennen. Na gut, dann müssen wir das machen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank.